Nicht aufrecht, okay, ja, so. Sie sind da möglichst mit Fläche geführt, dann steht sie dann, ist in sich, und wenn sie bereit ist, stellt sie ihr Bein vor. Daher, wenn sie dann aufhaut, dann zum Tanzen, und dann überlegt sie, und tanzt 2, 3, 4, 1, und damit der Herr auch wirklich mitmacht, ladet sie noch ein, 2, 3, und auf 4, 1 kommt der erste Schritt, 4, 1, back basic, 2, 2, 3, 4, Vierteldrehung am rechten Bein links zu stellen, 1, und ich tanze 2 Schritte, klein vorwärts, 2, 3, eine halbe Drehung nach links, and, eine Fan mit Auffächern, 4, 1, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, rechter Fuß schließt, ohne Gewicht zuerst, and, rechte Färze geht runter, 2, 2, nehmt das Bein geht vor, 3, und noch ein Schritt, 4, und 7, und 1, dann haben wir noch 2 Schritte diagonal, und dann haben wir noch ein bisschen zuerst, und das ist Fokistik. Wir haben also getanzt, ein Aufstellen, ein Basic, einmal in den Ferien, und in Richtung